das ganze zieht sich doch viel länger als ich gehofft hatte also ich gehe gerade mal nach redoc ich meine nämlich da war ein dieb der uns das beibringen kann dieses niederschlagen das wäre eine sache die wir nachher brauchen wenn wir die lurker trophäen haben aber ich weiß da echt noch nicht wieder dran kommen soll wie viele haben wir denn kann man das mal gucken hier feuer waran klauen mein crawler zangen snapperleder waranleder wolfsfell wildschweinfell hirsch wir haben gar nichts schattenläufer bison snapperleder feuer waran zehn klauen und zehn was hat er gesagt locker heute okay kann es leider nicht das ist das blöde gehen wir mal gucken ob der kerl uns das beibringen kann der hier war ich meine hier war nämlich einer der diebestalente lehrt ne das war sebast heißt der sebastian ja boah bin ich gut ne eins tiefer war der dann der hier ne das wo gibt es hier an der küste was zu holen ich kann dir ein paar infos geben das war auch ein dieb aber der bringt uns das nicht bei das ist jetzt zum kotzen dann war doch in in kap dune war doch einer ist das dein ernst also wir werden uns doch wirklich eine weile mit dem spiel beschäftigen müssen wie es aussieht das ist nicht das was ich gerne hätte aber gar mal hier werden wir auch wieder erinnerungen wach ne schon ewig her seit wir hier waren krass ne hier war doch einer ne der da bring mir was über das diebeshandwerk bei ach der kann nur das das ist doch kacke äh ok also hm 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 ich guck gerade mal bei wem wir das lernen können ansonsten muss ich was anderes versuchen ansonsten muss ich Mmh, mmh, mmh. Mmh, 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 mmh. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. Laris, ach, klar. Der war in... Der war nicht in Trelis, der war... Okara, ne, Mora... Geldern war der. Meine Güte. Alles ein wenig... Kompliziert. Ah, Entschuldigung. Ah, so. Laris, der war doch hier irgendwo... Wo ist er denn? Da. Niederschlagen. Zeig mir, wie ich andere niederschlagen kann. Du hast nur eine Chance. Wenn dein Schlag nicht sitzt, kommt es zum Kampf. Und das willst du vermeiden. Also schleiche dich von hinten an das ahnungslose Opfer an und triff ihn genau an der Stelle zwischen Hals und Kopf. Wenn du hart genug zuschlägst, sackt er zusammen wie ein nasser Sack. Sehr gut. Bring mir bei, unmögliche Schlösser zu knacken. Diese Schlösser sind doppelt und dreifach gesichert. Du musst dich ganz vorsichtig mit dem Dietrich an die richtige Stelle des Schlosses tasten. Dann kannst du mit einem schnellen Ruck das Schloss öffnen. Aber pass auf. Es hört sich leichter an, als es ist. Gut. Das ist Meisterdieb. Das würde ich mir auch noch gerne angucken. Ah, okay. Unmöglicher Taschendiebstahl können wir auch noch nicht lernen. Dafür sind wir zu wenig. Lärmpunkte. Geld. Wo ist Laris hingegangen? Da nicht hin. Ist auch nicht so wichtig. So. Damit können wir jetzt erstmal wieder nach... Wo ist es denn? Ach, wieder Ben Erei. Weil wir ja nicht den richtigen Teleportstein haben. Das könnte man auch direkt mal nachholen noch. Ich frage mich, ob es bei einem fertigen Spiel anders wäre. Dass man das dann nicht so machen muss. Man dann selber an alles drankommt, was wichtig ist. Ohne was nachgucken zu müssen. Oder ob das jetzt an mir liegt. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Okay. Dann gehen wir da mal eben hin. Teleportstein habe ich jetzt auch gelesen, wo er sein soll. Müssen wir mal schauen, ob wir das da auch tatsächlich antreffen. Was wir suchen. Wäre natürlich schön, ne? Wir laufen richtig noch, oder? Aber das mit Chakyo ärgert mich ja total. Also wenn ich jetzt hier so lang gehe. Dann denke ich mir so, irgendwie... Waren wir... Bin ich total blind da durchgelaufen, oder was? Auch vor allen Dingen jetzt noch mit dem Cibor... Wie auch immer. Haben wir nicht mit dem gesprochen, oder kamen die Optionen da erst später? Ich könnte das natürlich jetzt in den alten Folgen suchen, aber... Ehrlich gesagt keine Lust drauf. So wichtig... Ist es dann doch nicht. So... Erstmal nach Teleportstein gucken, damit wir nicht immer hier hin und her laufen müssen. Zwei... Es gab da irgendwie so... Gerade zwei Angaben. So, hier sind... Ist... Zeugs... Da ist er. Ich meine, wir sind hier sogar eine Weile rumgelaufen, um das alles zu suchen, aber naja. Okay. Jetzt muss ich nur noch ein... Folgendes... Machen... Und zwar einmal schlafen, und zwar so gucken... Wann Fabio sich mal bewegt, oder ob der die ganze Zeit da so rumsitzt. So, wo geht er jetzt hin? Er stellt sich hier vorne hin. Okay. Weg mit der Waffe! Ja, ist ja gut. Nehme ich mit. Und bis dann. So, wo ist denn der Vergessenszauber? Den muss ich doch noch haben, da. Jetzt greifen die mich alle an, das ist ja blöd. Ihr seid ja auch blöde, da muss ich euch alle niedermetzeln, oder was? Na ja, mir soll's recht sein. Hallo? So. Ach komm, ich will euch ja nicht töten, oder so. Ich will euch ja nur besiegen. Damit ihr mich in Ruhe lasst. Komm, was machst du da? Kompletter Vollidiot. Komm mal ein bisschen weg noch da. So. So, das soll mir reichen. Denn wir können jetzt hier... ...diese Tür öffnen. Warum wächst du mir? Nein. Warum wächst du mir? Nein. Okay. Das können wir noch nicht, weil wir noch nicht wissen, wer es ist. Was ein Quack. Oh, die sind noch nicht mal sauer auf mich. Okay. Das heißt, wir brauchen tatsächlich die Lurker-Sachen. Dann würde ich vorschlagen. Äh, ich fähre nämlich jetzt mal... ...nach... ...wo war das denn hier? Morassul teleportieren und dann da gucken, wo die Lurker rumliegen. ...ob ich da an die Häute drankomme. Weil... ...Reptilien heute abnehmen sollte ich können. Also. Gehen wir einmal hier runter. Upsala. Das war nicht das, was ich wollte. So. In die Richtung war das, ne? Oh je. So, den Weg dahin verschneller ich jetzt mal ein bisschen, weil das ist ein bisschen unnötig. Also. Bis gleich wieder im normalen Tempo. Bis gleich wieder. Oh. Das war's für heute. Ja, so, das war jetzt eine blöde Sache. Habt ihr vielleicht gesehen? Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Hier kriegen wir New Old Clown. Das heißt, wir müssen wieder zurück irgendwo nach Lavarant. Und hier, Lurker töten. Ich würde einfach mal spontan vorschlagen, hier wo diese Linie ist, zu gucken. Eventuell hier hochzuklettern. Blutfliegen. Oh. Oh. Ich glaube, das ist auch eine Quest, oder? Blutjunge Blutfliegen. Genau. Hier habe ich also auch nicht geguckt. Manchmal bin ich ja intelligent wie... Sonst war's Lurker. énerverriger. Oh. Vamos. So. Sonst. Sonst.